Servus liebe Leute und da sind wir wieder mit einer neuen Runde Rust. Natürlich mit wir meine ich den Pox und mich. So, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben nämlich gesammelt. Und was haben wir gesammelt? Materialien. Holz, Steine, alles. Und wir haben uns heute mal gesagt, heute wollen wir einen kleinen Turm bauen. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das machen. Bin ich ganz ehrlich. Na, äh, das war einer zu viel. Warte, warte, warte. Den Hammer brauchen wir ja zum Glück nicht, zum abbauen oder aufbauen. Na, stirb, 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 stirb. Ich helfe doch auch schon von der anderen Seite. Achso. Los, schlag drauf ein, schlag drauf ein. Mach ihn nieder. Los, mach ihn kalt. Ah, es wird langsam. Wir sind nur noch bei 30. Alter, also, das ist ja, was ist denn das? Ey, wie wir da draufschlagen, wie blöd. Ja. Zehn, neun, acht, sieben, pump. Äh. Äh. Na, physikalisch nicht ganz korrekt, aber fast. So, jetzt will ich nämlich erstmal gucken, ähm, wenn wir jetzt hier reingehen würden, hier. Jetzt muss ich erstmal gucken, warte mal, äh, ich bin ja hier immer für das Bauen und so weiter sehr viel zuständig. So, hier machen wir Foundation-Step hin. So, dann brauchen wir eine Treppe. Ne, du hast recht, wir brauchen doch drei Stück. Du hast recht, wir brauchen drei. Jetzt, wo ich da schon zwei Wände hingesetzt hab. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Man kann ja auch in der Richtung bauen. Bau du das mal da hin. Ja. Ah. Bin halt ein bisschen verwirrt. So. Also, ansonsten, liebe Leute, wir haben wieder was ganz Besonderes für euch, beziehungsweise vielleicht für andere Let's Player. Ja. Wir suchen nämlich einen Partner-Let's Player, der mit uns zusammen Challenges machen möchte. Ja, also. Wenn du denkst, du bist der Richtige, ja, und nicht der Pox, oder du machst es besser als Pox und dich zusammen, ja, kein Problem, ja, sind wir da gerne bereit, da mit dir zusammen was aufzunehmen. Ähm, also, wenn du Bock hast, hier mit uns ein bisschen Rust zu machen und ein paar Challenges natürlich auch nicht scheust, dann mit einer Facecam oder so, äh, diverse Challenges dann zu erfüllen, dann bist du genau richtig bei uns. War das eigentlich jetzt eine gute Ansage, oder war das ein bisschen... Das war eine gute Ansage, ja. Oder war das doch so ein bisschen zu viel, äh, Werbestyle, so? Ne, das passt schon so. Passt schon, ne? Ne, also wie gesagt, ähm, ja, was für Kriterien haben wir denn? Nolz mehr. Ich hab auch kein Nolz mehr, deswegen. Pox, sag mal so ein paar Kriterien, also, für mich ist jetzt das Kriterium, äh, vom Sound her nicht ganz so wichtig. Also, es sollte jetzt wirklich nicht so ein extremes Rauschen sein, ja, aber jetzt normales Headset reicht, ja, meistens kann man das ja dann regulieren, irgendwie im TeamSpeak oder sonst wo. Was ihr haben solltet, ist TeamSpeak. Naja, wer hat's nicht? Na, puh, puh, ne? Äh, Rust. Äh, ist ganz wichtig. Ja, ist ganz wichtig, ne? Ähm, viel Zeit, ja, also wir nehmen immer abends so ab 8 Uhr auf, ja, das heißt also, wir würden uns dann um 8 Uhr treffen, machen dann eine Aufnahme, entweder 1, 2 oder 3. Meistens machen wir ja die Challenges über 3 Folgen, damit es sich auch mal lohnt, es sei denn, es ist so eine kurze Challenge, dann sagen wir auch mal, gut, wir machen nur eine heute. Ähm, ja, was noch? Genau, und die Chemie muss stimmen zwischen uns, das ist ganz wichtig, weil wenn die Chemie nicht stimmt, dann ist das, äh, ja, dann bringt das keinen von uns weiter. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, müsste, könnte, es muss eine gewisse geistige Reife erreicht werden worden, sein. Ach Gottchen, was ist heute los? Also, wir müssten bis, wir müssten gerade einen Satz auf die Reihe bringen, nicht so wie ich heute, weil ich, äh, der Pox hat gesoffen, so. Nein, hat er nicht. Ach, heute, ne, heute hat er mal nicht gesoffen. Heute mal nicht. So, also, Pox, bisher sieht es mit dem Turm richtig gut aus, muss ich sagen. Auch die Treppen gefallen mir, ja, die haben ja jetzt die neuen Treppen schon eingebaut, das haben wir beim letzten Mal gar nicht gezeigt, oder konnten wir auch gar nicht zeigen. Ähm, äh, doch, hat man doch gesehen, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Verdammt, ich kann jetzt hier nichts platzieren, weil hier eine Wand fehlt. Warte, ich bin da, um die Wände zu bauen. Ja, du musst da, glaube ich, erst mal runter, oder? Nö. Hm. Ähm, Pox, ich glaube, das, diese Wand hier, die ist vorhin mal voll für den Arsch. Wieso? Na, guck doch mal, wie die platziert ist, die Schrägbrot, die ist, hier, du musst mal von außen gucken. Oh. Die ist ein bisschen daneben, okay, ich geb's du, die ist voll für den Arsch. Jetzt muss ich doch extra wegen dir einen Hammer bauen. Stell doch mal das Tool Cupboard unten hin, irgendwo. Ja, mach ich. Ich mach derweil den Hammer. Okay. Mach du derweil den Hammer, ich pack das Tool Cupboard hin und dann, ja. Ne, wie gesagt, und dann, liebe Leute, ja, ihr könnt jetzt ruhig schon wieder neue Challenges stellen, ja. Selbst die alten Challenges haben wir natürlich auf dem Schirm. Bloß, ähm, weist uns nochmal drauf hin, welche Challenges das waren. Wir haben, wir haben gesucht und gesucht, ja. Ja, wir wissen noch die Gumbay Challenge, die wissen wir noch, die wirklich echt sauschwer ist, muss man dazu sagen. Also eigentlich müssten wir da beide irgendwie schon eine Strafe machen, weil wir es irgendwie nicht gebacken gekriegt haben. Ähm, dann brauchen wir, wie gesagt, noch einen neuen Partner. Brauchen nicht, möchten wir gerne haben, ja. Ja, weil das dann zu dritt auch bei weitem mehr Spaß machen wird, ne. Auch, äh, weil es dann nicht immer nur entweder Pox oder mich erwischt. Ja, weil der Pox, der kommt ja jetzt schon mit seinen Strafen nicht hinterher. Ähm, ähm, ja, ich bin auch bald fertig. Ja. Ich war ja letztens in einem Drogeriemarkt, möchte jetzt den Markennamen nicht sagen. Und, ja, ja, ich, 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 ich muss es ja erwähnen, ne. Und dann stand ich da so mit meiner Frau an der Kasse und dann hab ich da so links in der Produktreihe dann so gesehen, so, uh, was ist das denn? Ach, das kommt dir doch bekannt vor. Kaltwachsstreifen. Und dann muss ich sofort an Pox denken. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es auch nicht. Kann ich dir nicht sagen, Droh. Da hab ich schon wieder kein Holz mehr. Ja. Ja, was ist denn heute los? Aber ich hab den Hammer endlich. Juhu. Ja, ich hab auch einen in der Hose. Oh. Doorway. Ja, hier, hallo, Tür. Äh, ich kann hier kein Doorway bauen. Warum nicht? Äh. Ähm. Ist dir jetzt gerade die Wand rumgefallen? Ja, weil ich die abgebaut hab. Und warum kann ich kein Doorway bauen? Keine Ahnung. Das passt hier jetzt alles. Es müsste nur die eine Wand hier noch ein bisschen runter. Ähm. Ich kann gar nichts mehr bauen. Achso, ich muss mir erst autorisieren. Ja, komm, vergiss es. Sag nichts. Kein Kommentar. Jetzt nicht vergessen können, Droh. Niemals. Ich hab schon wieder kein Holz mehr. Ja. So. Ähm. Jetzt kann ich weiter mit der Stairbar. Ne, halt eine Tür. 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 Wo ist denn die Tür? Bin ich jetzt blind? Da. So. Wunderbar. Ihr wollt's wohl. Ist geil. Okay. Ja, liebe Leute. Und das war der Fox. So. Wenn ihr mehr von Foxen wollt. Nein, das wird schon wieder Nacht. Ich hasse Nacht im Spielen. Auch wenn's mittlerweile heller ist auf meinem Monitor, aber es ist immer noch so verdammt dunkel bei Nacht. Oh mein Gott, diese Logik. Das bringt die Nacht so mit sich. So, jetzt hab ich, glaub ich, ein ganz klitz kleines Problem. Ja. Oder? Hast du das nicht immer? Ja, ich hab immer ein Problem. Also, ein kleines Problem. Vor allem klein. Ähm. Habe ich schon kein Holz mehr? Oh, Tatsache. Wir haben mich gekonnt, ignoriert aber auch, ne? Ich, ich, ich würde dich niemals ignorieren, Pops. Ich würde dich niemals ignorieren, ja? Und, ähm, genauso, das können wir jetzt auch mal gerade sagen. Also, wir sind allgemein offen, ja? Wir suchen halt einen Let's Player für Rust. Wir suchen einen für Rising World. Das wird aber auch in Rising World dann nochmal extra separat angesprochen. Und auch in Liv, wenn sich da jemand noch anschließen möchte. Also, wir sind bereit, ne? Da jeweils einen neuen Let's Player aufzunehmen. Es muss auch nicht immer der gleiche sein. Also, wenn sich einer sagt, nee, ich möchte nicht so ein großes, volles Programm haben, wie der Pops und wie der Sanrillas und der Troplay, ist das kein Problem, ja? Also, wir sind gerne bereit, da drei verschiedene Let's Player aufzunehmen. Und dann auch für ein neues Projekt, was wir ja, wie gesagt, dann irgendwann dieses, diesen Jahr nur noch irgendwie hoffentlich starten werden. Ey! Oder brav? Oder? Keine Ahnung. Genau. Also, wenn ihr ein Let's Player seid und meint, ey, ich hätte mal voll Bock, mit dem Pops aufzunehmen, ja? Der Tro, der geht mir zwar voll auf den Sack, aber der Pops, der ist so mega geil, ja? Äh, dann schreibt ihn doch einfach an. Wenn ihr natürlich meint, hey, ihr wollt mit dem Sanrillas aufnehmen und das in Rising World oder Life is Feudal, ja, weil der voll die Ahnung zum Beispiel in Life is Feudal hat, ja? Dann schreibt den Sanrillas an. Ja, und wenn ihr bei Rising World die Nummer 1 haben wollt, was kreative Bauphasen angeht, ne, dann müsst ihr den Troplay anschreiben. Hä? Komm, mein Kamin war nicht schlecht und meine Holzfarm. Und was ist mit meiner Metzgerei? Ja, gut, die, ja, ja, doch, aber trotzdem, das war ja, ne? Und meinem Zaun? Na, komm, da war meiner schöner. Aber meiner war zweckmäßiger. Ja, meiner soll erst nur abgrenzen. Na, okay, ihr seht schon, ne, also, wir brauchen jemanden, den wir auch noch ärgern können, ja, der dann auch noch sagen kann, ja, und was ist mit mir? Ja, also, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid genau der Richtige für diesen Job, hast du eigentlich, fällt mir gerade auf, äh, Animal Fat? Klingt irgendwo. Okay. Ja. Äh, also, wenn ihr meint, ihr seid der Richtige für diesen Job, ja, dann, hey. Ihr könnt in YouTube Nachrichten schreiben und diese könnt ihr uns da natürlich zukommen lassen. Es bringt übrigens, ach, achso, du bist das. Äh, es bringt übrigens leider nix, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, ja. Also, lieber dann, ähm, irgendwo uns anschreiben oder auch im Forum oder was weiß ich, ne? Ähm, weil in den Kommentaren YouTube so gerne das, äh, gewisse Gefühl hat, hey, weißt du was? Das ist Spam, ja. Und wir wollen natürlich euren Channel auch sehen. Also, ihr postet einfach euren Channel, sagt, äh, ihr möchtet mit uns zusammen aufnehmen und dann machen wir das natürlich auch gerne, ja. Ich kann mir so bei Rust, kann ich mir schon jemand ein gewisses vorstellen, ja. Ich warte nur in dem Augenblick auf seine Anfrage. Ich werde jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber ich sag nur eins, er wird dann geschminkt. Äh? Ja, der wird geschminkt. Ich weiß nicht, wen du meinst. Was macht denn... Der Boden hier. Äh, der steht da. Ich glaube aber, dass der da eigentlich nichts verloren... Warte mal, wir müssen zuerst die Wände bauen, sonst geht das nicht. Also, kackt das die ganze Zeit so rum. Achso, wenn du runterfällst. Ach, nein. Müsst du aber auch mal Fenster reinbauen, oder? Ach, Quatsch. Ich bin überbewertet. Ich will hier meinen Swingertower bauen. Oder in der Hand eigentlich. Echt? Äh, möchtest du nicht wissen. Ähm. Also so aus der Ansicht, ne? Äh, okay. Ja, das ist richtig. Ja. Das ist geschafft. Bei mir ging es vorher nicht. Tja. Problem ist, ich sehe halt auch einfach gar nichts. Na, verdammt, das ist mir nicht runtergefallen. So, das habe ich auch geschafft. Doch, Fallschaden soll jetzt wieder aktiv sein, aber... So, hier müsste ich jetzt eigentlich auch noch eine Wand hin. Oh, da sehe ich das falsch. Fuck! Nein. Ich sehe, ich sehe halt einfach gar nichts mehr. Äh, verschwinden hier die Wände wieder? Kann das sein? Oh, nee. Okay, wie ich hier auch mal überhaupt gar nichts sehe. So, ich halte jetzt hier die Fackel und du kannst mal... Halt, hier sind die Wände dran. Ja, aber hier sind sie falsch rum. Ja, okay, dafür bräuchte ich den Hammer. Den habe ich noch nicht, das heißt, äh, ich muss mir einen Hammer bauen. Jetzt hat er auf einmal doch keinen Hammer mehr. Mikro-Penis! Ja, aber was ich machen kann, ich kann schon mal ins Haus gehen. Ich möchte nämlich noch was anderes hier reinbauen. Ich hole Holz dabei. Ja, hol du mal Holz, genau. Geh mal Holz holen. Und dann kommt er nicht wieder. Geh mal eben Zigaretten holen. Banzige Jahre später sahen sie sich in einem Café wieder. So, und da wollte ich dann Metallohr reinpacken. Und schon haben wir hier ein bisschen Licht drin. Licht! Leuchtet zwar nicht nach oben, aber wir haben Licht. So, jetzt wollte ich hier noch Wände setzen. Aber die muss ich dann noch drehen, genau. Wie hat denn das jetzt funktioniert mit der Lücke? Lücke, was? Was machst denn du da oben eigentlich? Ich? Nix? Alter, also, man mal. Das Problem, dass ich nur noch zehn Lebenspunkte habe. Was passiert jetzt, wenn ich das demolische? Okay. Hier. Rotate. Ah, okay. Rotate geht ja schnell. Ich muss einfach nur gucken, wo es nach innen gedreht ist. Das ist richtig rum, das ist richtig rum. Das stimmt alles. Hallo, ich habe gesagt demolisch. Warum macht dann das jetzt nicht? Ah, jetzt hat das gemacht. Es dauert manchmal alles ein bisschen hier auf dem Server. Ja, ich merke das schon. Es dürfte aber auch langsam mal wieder tagtäglich werden. Ach Quatsch, ey, du bist so eine Pussy. Ja. Ne, wie gesagt, also wenn ihr da Lust habt, schreibt es uns als Nachricht, als Kommentar, wie auch immer. So, wir freuen uns auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich das rotiert. Oh, ich gar nicht. Hallo, ich habe gesagt demolisch. Danke. So, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt auch, das stimmt auch. Jetzt gucke ich mal von außen, wie es von außen aussieht. Da ist das noch nicht richtig. Das ist richtig, das ist richtig. Sonst, der Rest ist alles richtig. Das heißt, wir können weiter nach oben. Gut, das funktioniert schon mal. Ja, gut. Und während wir jetzt hier gleich unseren Turm noch ein bisschen weiter bauen. Ja, seht ihr da, wir sind auf dem Lost Rust Server, beziehungsweise bfs-gaming.de. Aber immerhin gibt es Falschheiten. Genau. Ich teleportiere mich mal zu dir. Wie, du willst dich zu mir teleportieren? Ja. Doch nicht. Oh mein Gott, der Pox will dich teleportieren. So, also... Ich bin nicht rein. T-P-A, nee, das ist der Falsche. T-P-A. Yay! You accepted the teleport of the request. The teleport request of Pox. So, und wenn er da ist, dann töte ich ihn gleich. Zack. Ja, nein, das kannst du auch nicht bringen. Ach, hier bist du untergefallen. Ja, das höre ich doch. Ah, cool. So, wie sieht es denn aus jetzt hier? Open furnace. Burnness. So, jetzt kann ich doch hier die Lampe bauen, ne? Hm, wo war's denn? Ja, Lampen wären echt super. 50 Metal Fragments. Doch billig. Fütteln wir uns aus dem Ärmel. Ja, ja, klar, klar. Sag mal, hast du sie noch, alle Junge? Ja. Guckst du doch klein in deiner Butterblümchenwelt. Butterblume. Achso, ich hab die ganze Zeit das Falsche in der Hand. Dieses Teilsystem nervt mich, ehrlich. Ich find's cool. Nein. Nach einer halben Stunde lang dran rumspielen, bis du alles raus hast aus dir. Du spielst doch gern an Sachen rum, dachte ich. Ja, aber eher an dir wie an mir selber. Achso. So. Jetzt muss ich das hier richtig platzieren können. Und hier bist du nämlich vorhin dann gestorben, ne? Ja, das hier nicht platzieren konntest, hier. Wann, ja, bin ich ich? Ich war hier hinten. Hier bin ich runtergefahren. Ja, meine ich doch, hier bist du auch gestorben. Ja, aber warum lag meine Leiche dann gerade... Ne. Ja, frag nicht. Wir spielen Rust. Ich hab's vergessen, entschuldige. Ey. So schlimm ist Rust jetzt auch nicht. Also... Ja, manchmal ist es schon sehr buggy. Also, das... Ja, buggy ist... Klar, es ist ja auch Early Access, ne? Genau. Und ansonsten, falls ihr der Meinung aber seid, das hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Ach. Es gibt so viele Leute zu erwähnen, ja. Ich bin echt unmöglich. Hier bin ich durchgefallen. Wann bin ich jetzt hier durchgefallen, weil da nichts ist? Ähm. Falls ihr da... Wieso bin ich denn da durchgefallen? Ha. Komisch. Also, falls ihr der Meinung seid, äh... Ne, also jetzt... Rust ist nicht mein Spiel. Und, ähm... Life is Fudel und Rising World sind alles nicht so meine Spiele. Auch kein Problem. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir da total Unmenschen sind oder so. Nein. Doch. Nein. Nicht? Nein. Okay. Gut. Äh... Ihr könnt natürlich auch gerne mit uns, äh, ein anderes Spiel spielen, ne? Schreibt uns einfach an, so von wegen, hey, ich würde gerne mit euch allen zusammen, was weiß ich nicht, äh, Lost, äh, The Forest spielen oder was es nicht halt alles gibt, ja? Ja, dann überlegen wir uns das. Wie gesagt, wir gucken uns euren Channel an und dann entscheiden wir spontan. Und wenn uns das dann... So, wir sind die spontane Truppe auf jeden Fall so. Genau, und wenn uns das dann gefällt, dann, ja, brauche ich schon wieder Holz. Oh, hier hast du jetzt doch das setzen können. Geil. Ja, nur hier geht's nicht, komischerweise. Ich verstehe das nicht. Soll ich vielleicht mal die Treppe abbauen? Ja, kann ich auch. Dann mach ich doch gerade. So. Boah, ich sollte vielleicht runtergehen von der Treppe. Hä? Bei mir stehst du hier. Wo? Draußen. Du stehst draußen. Ne, du stehst draußen bei... Ja, okay, gut. Ich wundere mich die ganze Zeit, wie sich so da alles automatisch weiterhaut. Ich dachte mir, das machst du alles von draußen. Man merkt die Unsynchronität des Spiels, ne? Also ja, es gab wieder ein paar kleine Updates, aber naja. Gut, während wir jetzt hier schon wieder fast 20 Minuten gelabert haben, passen wir nochmal ganz kurz zusammen. Fox, möchtest du das zusammenfassen nochmal? Was möchte ich zusammenfassen? Was die Leute machen können. So. Ja, ihr könnt euch bei uns bewerben, wenn ihr mit uns mitspielen wollt. Wenn ihr bei uns mitspielen wollt, dann bewerbt euch. Schreibt uns eine kurze Nachricht, schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf YouPorn. Keine Ahnung, wo ihr wollt. Wir sind überall vertreten auf jeder sozialen Media Plattform. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. Die werden wir dann angucken und uns überlegen, ob ihr dann auch würdig seid mit uns zu spielen. Natürlich sind sie würdig. So. Gut, und während wir hier unseren Turm dann leider nicht in dieser Folge zu Ende gebaut haben und wahrscheinlich auch in der nächsten Folge nicht weiterbauen werden können. Obwohl, das sehen wir ja dann. Ich mach mal die Tür zu. Hey, Feuer! Wo denn? Draußen? Bei mir in der Hand. Achso. Ja, bei mir stehst du immer auch draußen. Achso. Okay. Ja. Dann sag ich an dieser Stelle wie immer meinen üblichen Spruch. Ich bin Eutro. Haut rein. Tschüss, tschüss. In diesem Sonnenau da rein. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.